Ja, fein, Lucky. Ja, wie geht's? Ja, freu dich. Ist warm heute gewesen, ne? Na, fein. Ja, was läuft bei Schlossprinzessin? Ich würde eher sagen, bei Bushido geht mehr ab. Aber ich bringe gleich noch was über Bushido, deswegen vernetze ich das jetzt nicht mit diesem Video. Ja, was läuft bei Schlossprinzessin? Ich weiß nicht was. Ihr lauft wahrscheinlich alle heute, weil es so warm ist. Macht man einen Kühlschrank auf, holt man die kühle Milch raus, schüttet die über eure Haut, über eure Gesichter und pflänzt euch vor die Glotze, knabbert ein bisschen. Eine schöne Pizza, ganz dünn geschnitten, mit Käse und Oliven drauf. Und wer das nicht mag, kann gleich eine Pizza Hawaii holen, weil Pizza Hawaii, Ananas, lecker. Und dann so ein bisschen irgendwie so coole Mucke, die zum Wetter passt, aber auch nicht zu lau, sondern chillig und so weiter. Ne, genau, Lucky frisst Gras, ne? Der isst keine Pizza, sondern Gras. Ja, was läuft bei Schlossprinzessin? Ich merke, ich werde immer beliebter im Internet. Ich kriege immer mehr Zulauf von Fans, von Leuten und so weiter. Und ich betrachte das auch nicht, überhaupt nicht eingebildet oder so. Die Mücken stören ein bisschen. Einige haben schon abgeschaltet. Die sind schon innerlich wahrscheinlich aus, also tot. Aber wie gesagt, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass eines Tages eine Frau mit Power kommt. Und ja, ich war vorhin auch laufen. Es war zwar ein bisschen warm noch, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass die richtige kommt. Und die wird dann so viel Cash verdienen. Ich will es gar nicht sagen, aber die wird so viel Cash machen mit mir zusammen, dass sich die anderen dann wirklich in den Arsch beißen. Also beiß lieber erstmal in die Pizza rein. Schönen Abend. Komm Lacken.